Ich bin der Momo, bin 13 Jahre alt und komme aus Frankfurt. Meine Lieblingstricks sind Butt-Bounces, Backside-Spins und einfach rum-bouncen. Ich habe einen Fernsehbericht von Gibbon Slacklines gesehen und daraufhin habe ich mir eine bestellt und in meinem Garten viel geübt. Und von Gibbon Slacklines im Internetforum habe ich herausgefunden, dass in Frankfurt ein Fernsehdreh ist. Und da bin ich hingegangen und habe auch ein paar Leute kennengelernt. Und da kam auch der Chef von Gibbon und so haben wir uns kennengelernt. Und es hat dann immer weiter seinen Lauf genommen. Und da kam auch der Lauf. Never like that Don't be like that Don't be like that Don't be like that Never like that Don't be 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 like that Wild laugh The grey surprises I train mainly in my garden Of course I go to my friends in the parks But it's just practical I can relax everywhere in my garden And it's just easy I can just go out to the balcony And then train I can sit back in my barn That love me That love me album Don't be like that Don't be like that Don't be polite 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 Also ich finde die Community von Gibbon ziemlich cool, weil die anderen Slackline Firmen haben kein Team. Gibbon Slacklines ist das einzige, die ein richtiges Team haben und es macht halt viel mehr Spaß mit Richtigen auf dem gleichen Level zu trainieren. Und Tricks zu üben und Tricks zu kombinieren und neue Tricks zu erfinden. Das ist das eine gute Idee. Das ist das eine gute Idee. Vielen Dank.